So, einen wunderschönen guten Tag. Moin Moin zusammen. Weiter geht es mit unserer super tollen Verlosungsaktion. Und unser heutiges Gewinnspiel steht doch in erster Linie mehr im Zeichen der etwas Kleineren. Ganz genau. Aber auch die werden viel Spaß haben, denn wir haben 5x2 Karten für den Ritterrost Magic Park in Fertig zu verlosen. So sieht's aus. Das ist natürlich etwas für die ganze Familie, für einen wirklich unvergesslichen Ausflug. Zaubershows für Groß- und Kleinbieten, magische Momente und spannende Zaubertricks. Genau. Und der Märchenwald, der verzaubert nicht nur die Kinder mit Märchen der Gebrüder Grimm, sondern auch die ganz Großen. Und viele Fahrgeschäfte, der Streichelzoo und ein toller Spielplatz mit Riesenrutsche machen diesen Tag einfach zu einem unvergesslichen Erlebnis. Definitiv. Und wir freuen uns natürlich, dass wir ein paar Karten verlosen dürfen. Und zwar hast du die bereits schon in den Händen. Die halte ich hier in der Hand. 5x2 Kinderkarten sozusagen. Und es lohnt sich wirklich. Wir drücken die Daumen beim Mitmachen und beim Gewinnen. So sieht's aus. Allen einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschau. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.